Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter hier bei Heisenberg Zockt. So, ich habe hier angefangen. Ich denke, gestern habe ich gesagt, damit ich daran denke, dass ich was mache. Ja, was war es denn? Ja, so ungefähr weiss ich es noch, weil wir haben ein Energieproblem. Und wir hätten gerne gebaut, da muss ich nochmal schnell gucken, ähm, den Reaktor, der ist, irgendwo ist er. So, äh, Auto, Dingens, Seiden, Dingens, Sachen, Teleporter, ja, einen Teleporter brauchen wir dann auch nochmal wahrscheinlich. Äh, warum finde ich denn hier die Sachen nie? Das gibt es doch nicht. Äh, das haben wir gebaut, äh, als Notlösung, dann haben wir hier die Heizungen, nochmal eine Heizung. Hier, Kernreaktor T2, oder gab es da irgendwie nochmal, habe ich was? Aha, ja, ich habe was. Hunger und Durst, okay, Hunger können wir beseitigen, indem wir hier, zack, das hier uns gönnen. Eine Wasserflasche haben wir auch, da machen wir das doch mal wieder oldschool mäßig. Also, was wollte ich denn jetzt? Schnell gucken, genau. Ich suche Energie. Wir hatten doch diesen Kernfusionskollegen, wo ist der denn hingekommen? Das ist der Kernfusions, da ist er doch. Ja, den habe ich eigentlich gesucht. Und da brauchen wir, guck mal, da brauchen wir gar keinen Uran. Das wäre für das andere Teil. Da brauchen wir fünf Pulsare und Superlegierungen. Ja, da ist natürlich die andere Frage, haben wir denn so viele Pulsare auf Lager? Ja, eins, zwei, drei, vier, deren fünf. Und Superlegierungen sollten wir auch haben, und sonst wissen wir, wo es die gibt. Äh, ja, eins, zwei, drei, vier. Waren, glaube ich, auch fünf. Wir gucken nochmal schnell. Kontrolle. Hier. Jawohl, das passt. Können wir bauen. Machen wir, dann haben wir Strom, dann können wir einen Teleporter bauen. Und zwar beim Uran würde ich das dann machen. Muss man schnell rausfinden. Jetzt, habe ich es geschafft. Eher in die andere Richtung. Dort, wo wir die anderen Superteile haben. Das hier sind die Heizungen. Wo haben wir denn gleich nochmal die Kollegen hier? Die Kernfusionsteile. Sind sie das hier? Nein. Hier, glaube ich. Jawohl. Hier eher. Also, kommt hier nochmal so ein Teil hin. Jawohl, passt sogar. Gehen wir gucken. Jetzt müssen wir wieder irgendwie um die 1500 Energie haben, glaube ich. Und so ein Teleporter, der kostet plus minus vier bis 500. Ja, ja. Das passt. Gut. Also, wenn wir jetzt. Gehen wir schnell zur Karte. Wegen dem Uran nochmal. Wenn wir jetzt sagen wir. Wo haben wir den Uran gleich nochmal gehabt? Entweder hier hinten. Dann hat man doch noch eine zweite Möglichkeit. Hier hinten. Ja, da ist halt die Frage. Was machen wir am ehesten? Das hier wäre beim Stargate Teil. Hier haben wir einen Teleporter. Das wäre doch schon mal vernünftig. Das wäre sowieso hier in der Nähe. Wir testen das mal. Was kostet denn? Das wäre natürlich auch eine Idee. Die habt ihr mal gehabt. Wenn wir nochmal so ein Bildschirm machen. Und zwar nicht hier, sondern dort. Damit ich das gleich finde. Bildschirmkarte. Mikrochipkompass. Gehen wir schnell gucken, ob wir das nicht sowieso haben. Äh, Mikrochipkompass. Mikrochip Abbaugeschwindigkeit. Ne, haben wir nicht. Müssen wir herstellen. Können wir schnell gucken. Das kann nicht die Welt kosten. Definitiv nicht. Muss nur wissen wo. Nämlich. Ne, hier war es nicht. Doch, hier war es tatsächlich. Also. Kompass. Wo ist er denn? Äh. Hier, der Kompass. Magnesium und zweimal Aluminium. Okay. Werden wir schnell machen. Magnesium und zweimal Aluminium. Magnesium. Haben wir hier. Magnesium und zweimal Aluminium. Haben wir hier hinten. Zack, zack. Dann können wir das herstellen. Wunderbar. Ich hoffe, ich weiss am Schluss noch, wozu ich es hergestellt habe. Haha. Mal gucken. So. Einmal hier durch. noch. Also. Dann ihn hier zusammengeschustert. Dann passt das schon mal. Äh. Bildschirmkarte. Silizium brauchen wir noch. Nehmen wir auch mit. Aber hier haben wir hier hinten Silizium. Jawohl. Zack. Einmal Silizium hier rein. Dankeschön. Dann sind wir fähig, diesen Bildschirm zu bauen. Dann könnten wir die Dinge suchen. Okay. Wir gehen mal zum. Ja, Moment. Ich mache noch schnell folgendes. Ich nehme hier nochmal kurz was zu essen mit. Sicher, sicher. Warum wir jetzt hier den Superlegierungsstab haben, weiss ich auch gar nicht. Wir lassen den mal. Das wird schon Grund haben, dass wir den reingepackt haben. So. Also. Zum. Was habe ich gesagt? Zur Pulsarhöhle. Die müsste in der Nähe sein vom Stargate Teil. Wenn wir hier schnell gucken. Äh. Wo ist denn der Kollege Stargate? Entweder in die Richtung. Da hinten ist der Stargate Kollege. Und dort müsste jetzt theoretisch auch diese Mine sein. Wisst ihr was? Habe ich genug Platz im Inventar? Ja. Ich zerlege den mal. Platz. Weil wir brauchen den ja nicht. Hier ist irgendwas löten gegangen. Nein. Dann können wir nämlich da hinten den hinstellen. Weil hier in dieser Höhle haben wir nichts mehr drin. Das macht schon mehr Sinn, den hier hin zu machen. Also. Jetzt hätten wir hier Kollege Stargate. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ob wir nicht vielleicht sogar den Teleporter einfach zum Stargate Teil machen. Und das so als Zwischenlösung nutzen. Jetzt wird es gerade garstig Wetter, sehe ich. Ich mache den mal hier hin. Ähm, Teleporter. Hier unten. Zack. Dann haben wir den wieder. Den werde ich jetzt aber kurz benennen natürlich noch. Das wäre dann Stargate. Okay. Und jetzt brauchen wir den Monitor. Brauchen wir da nicht fast noch einen Tisch? Oder wie mache ich das jetzt mit dem Monitor? Ach, den können wir einfach auch hier hinstellen. Okay. Schauen wir mal. So. Wo sind wir? Mal raus hier. Wir sind draussen. Oh. Das ist aber irgendwie. Ne. Guck mal. Ne. Ne. Das passt. Wir müssen hier einmal über den Fluss rüber geradeaus. Ist das so richtig? Wenn ich es jetzt wüsste. Moment. Wir haben hier Stargate. Ne. Blödsinn. Moment. Wir müssen ja nochmal zurück. Wir sind ja jetzt hier. Das heißt wir müssen hier zum Schwefel. Öh. Das ist ja gar nicht so einfach. Das müsste aber die Richtung sein. Ich gehe einfach mal gucken. So. Noch schnell was trinken. Dankeschön. Anzeige schon voll. Weil Uran brauchen wir ja trotzdem. Oh. Ist aber eine relativ schöne Farbgebung hier. Ist hier irgendwo ein Höhleneingang. Jetzt bin ich mal wieder am Suchen. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Also wir kommen jederzeit wieder zum Stargate-Teil zurück. Da haben wir den Teleporter. Das passt. Was haben wir denn hier Schönes? Aha. Okay. Hier haben wir einen Bohrer. Und einen Eingang. Nein. Kein Eingang. Ja. Ich glaube ich muss auch den Monitor nochmal umsetzen. Irgendwie so funktioniert es dann doch nicht. Hier geht es glaube ich dann schon bald wieder zur Basis zurück. Hier hinten. Oder nicht? Halt. Was passiert mit mir? Ich fliege hier in der Gegend rum. Ja. Irgendwo da hinten ist da wieder die Basis. Also das ist nicht was ich suchte. Ja. Hier ist er. Da müsste doch hier irgendwo der Eingang sein. Das gibt es doch nicht. Hier ist ein Eingang. Ne. Ist eben nicht. Hier ist eben kein Eingang. Hier ist eine Alpha-Wand. Da werde ich zur Seite gedrückt. Nein. Sie haben aber auch keinen Eingang. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist einfach irgendwie so ein Dingensier. Ein Loch. Ein Loch im Fels. Ja. Also so funktioniert es nicht. Das ist schon mal ganz klar. Das müssen wir anders lösen. Oder ist ja der Eingang halt versteckt hinter unserem. Ne. Das ist auch irgendwie nichts. Ne. Hinter unserem Wald hätte ich fast gesagt. Ja. Das ist natürlich schon unser Wald. Dafür sind wir verantwortlich. Terraforming sind wir bei 609. Das ist schon mal sehr gut finde ich. Äh. Aber das ist nichts. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Irgendwie Schwefel war noch eingezeichnet auf der Karte. Nehmlich hier die Seen. Da müsste hier hinten immer eine Schwefelminne sein. Ich kann mich allerdings dunkel erinnern, dass ich hier hinten glaube ich auch schon mal gesucht habe. Vor X Folgen. Und irgendwie nichts gefunden habe. Ja. Jetzt sind wir bei dieser Pulsar-Höhle hier unten. Wenn wir hier runter gehen, hier ist der Höhleneingang. Das ist mir klar. Hier war vorher der Teleporter. Aber hier ist halt nichts mehr drin. Weil Pulsare wachsen halt nicht nach. Ja. Das haben wir schon mal geklärt. Hinten raus geht es hier nicht. Was liegt da noch Schönes? Ach. Okay. Hier war mal eine Kiste. Die haben wir geplündert. Deswegen liegen da die Samen. Ja. Okay. Gehen wir da raus. Bringt so nicht viel. Halt. Bist du nicht? Ne. Das sah gerade ein bisschen aus wie so eine 200er Raupe. Schade. Hätte gerade noch gepasst. Die hätte ich doch glatt noch schnell mitgenommen. So. Einmal aus dem Wässerchen raus. Und einmal hier rüber. Jetzt nochmal orientieren. Da haben wir es da geht. Ich gehe nochmal schnell zur Karte. Vielleicht, dass wir das doch irgendwie abreissen. Aber ich denke der Teleporter hier bei dem Teil macht schon mal Sinn. Weil hier kommen wir relativ häufig hin. Und das ist natürlich schön in einer Ecke. Das ist eigentlich schon okay. So. Unser heimatloser bzw. Tischloser Monitor. Ja weiter raus kann ich nicht mehr. Also hier ist die Basis. Das ist klar. Dann haben wir hier den See. Das müsste der See sein. Ne. Jetzt ist halt die Frage. Das ist die Höhle wo wir waren. Das ist von der Höhle aus. Über diesen See rüber. Und dann dorthin. Ja. Nehme ich wieder mit. Der bringt uns da nichts. Den können wir jederzeit wieder hinstellen. Dann haben wir tatsächlich unterwegs eben auch eine Karte. Das ist doch gar nicht so falsch. Also. Wenn wir schnell gucken. Hier wäre das Teil. Äh. Hier. Hier wäre das Teil. Wo ich gerade tauchen war. Jetzt irgendwie quer rüber hier. Und dann über den See rüber. Wäre er hier. Und dann müsste da hinten die Höhle sein. Hier rüber. Und hier müsste die Höhle sein. Irgendwo hier. Oder ist die auch unter Wasser. Hier liegt zumindest noch irgendwie ein Frackteil rum. Gut. Das bringt uns so natürlich auch nicht viel. Ne. Hier unten ist sie nicht. Gehen wir da rauf. Und schauen hier mal noch. Hier ist halt auch nichts. Ich verstehe es nicht. Hier müsste doch ein Höhleneingang sein. Oder bin ich jetzt wirklich wieder zehnmal dran vorbeigelaufen. Das könnte natürlich auch sein. Da unten waren wir. Das ist nicht was wir suchen. Das müsste hier vorgelagert sein im Prinzip. Soll ich nochmal die Karte aufstehen? Ich glaube ja. Man sieht halt auf der Karte leider auch nicht wo wir sind. Dass es da noch eine Markierung hätte. Ne. Das ist nichts. Okay. Ich pflanze mal die Karte hier hin. Huch. Äh. Irgendwas rausgeballert. Die Karte. Äh. Die muss ich bauen. Nochmal. Die habe ich ja zerlegt. Bildschirmkarte. Da zeigen wir. Äh. Wir sind irgendwo bei einem See mit einem Stein in der Mitte. Das müsste hier sein. Dann stehen wir doch hier. Wenn ich diesen Stein ansehe. Müsste eigentlich in meinem Rücken die Höhle sein. Wenn wir hier nochmal gucken. Also hier ist der Stein. Wir sind irgendwo hier. Wenn wir umdrehen. Müsste hier bei diesem Felsgebilde. die Uranhöhle sein. Was haben wir hier? Jetzt sind wir aber hier schon wieder bei Wasser. Das stimmt doch eben auch nicht. Also entweder deute ich allen Ernstes die Karte für die falsch. Und dann ist wieder das. Oder irgendwie hier ist ja keine Höhle. Oder ich finde halt den Eingang nicht. Das ist natürlich auch tatsächlich möglich. Hier nochmal einmal außenrum. Ja. Dann fahre ich runter. Aber hier ist er auch nicht. Ich dachte vielleicht im Rücken des Ganzen. Ach. Da ist sie ja. Es ist eben doch im Rücken. Okay. Sehr gut. Äh. Wie machen wir das jetzt? Jetzt würde ich gerne den Teleporter nochmal zerlegen. Ich muss das aber wieder finden. Es ist im Prinzip hier bei unserem Wald. Okay. Das kriegen wir gebacken. So. Dann machen wir den Teleporter nicht beim Starbase Ding. Und den machen wir hier unten. Okay. Mal gucken ob ich es wieder finde. So. Aber ist schön. Hat ein bisschen was von Oldschool Playing. Äh. Nicht irgendwie Terraform die ganze Zeit und so weiter. Sondern wir sind tatsächlich im Prinzip wieder am rumreisen. Und am erkunden. Ich denke der Teleporter hier. Der hätte schon auch Sinn gemacht. Aber er macht natürlich da unten tatsächlich viel mehr Sinn. So. Und schon schön dass man die halt zerlegen kann. Ohne dass man dann irgendwie einen Verlust hat. Das wäre ja auch noch fies. Dann fehlt dir ein Silizium. Und dann kriegst du kein Silizium. Wisst ihr wie ich meine? Also so ist es halt schon relativ praktisch natürlich. Man hat dieses 1 zu 1. Was wir zerlegen. Kriegen wir auch wieder zurück. So. Müsste glaube ich ungefähr stimmen. Jawohl. Hier ist wieder das. Und jetzt wieder im Rücken drin. Hier unten. Da ist doch der Eingang. Jawohl. Also dann gibt es den Teleporter. Einmal hier. Wenn ich dich nochmal finde. Zack. Teleporter. Prats. Und dann wäre das hier logischerweise. Uran. Und sonst nichts. Ja. Und jetzt gehen wir hier rein. Halt. Das wäre der falsche Weg. Und holen uns mal die Urane. Wachsen die denn nach? Oder ist das eine Einmalplünderung? Das wäre natürlich schon schön. Wenn die auch nachwachsen würden. Oh. Da haben wir tatsächlich nochmal irgendwie. Allen Ernstes. Ach. Uranstäbe. Ja. Deswegen waren wir eigentlich unterwegs. Da haben wir nochmal eine Kiste. Das heißt. Wir waren hier noch nie drin. Jetzt habe ich da einen Wald gesetzt. Draußen vor der Tür. Und allen Ernstes. Hier drin waren wir trotzdem noch nie. Weil ich die Höhle nicht gesehen habe. Die ist aber auch. Sagen wir mal so. Wenn du jetzt nicht von der Karte her weisst. Dass das hier eine sein muss. Ist es relativ schwierig. Die zu finden. Finde ich. Liegt schon nicht so ganz offen da. So. Jetzt haben wir aber wieder Uran. Sehr schön. Wir könnten natürlich für Uran ebenfalls eine Rakete machen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber. Ja. Ich denke. Da haben wir soweit. Wir düsen mal zurück. Äh. Wo habe ich jetzt den Bildschirm? Aber das ist eigentlich egal. Der Bildschirm. Den Bildschirm brauchen wir nicht. Also der steht jetzt halt noch irgendwo. Ne. Gemeine Larven. Lassen wir in Ruhe. Von denen haben wir mehr als genug. So. Da sind wir doch wieder. Hab gerade gedacht. Schwiert hier ein Schmetterling rum. Das wäre natürlich noch cool. So. Wir ernten schnell. Haben wir denn noch genug Platz im Inventar? Offensichtlich schon. Wir haben einen relativ grossen Inventar. Da einmal Food verstauen. Äh. Food. 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 Und dann. Ja. Im Prinzip was essen könnt ihr die auch noch. Dann gehst du noch rüber. Dann haben wir das. Und jetzt würde ich hier gerne aus. Aber was wollte ich denn jetzt da hinten noch machen? Teleporter haben wir. Ach. Ja logisch. Äh. Hier. Den Extraktor. Den machen wir noch. Wir brauchen einen Iridiumstab. Äh. Nicht dass wir jetzt davon wieder nichts mehr haben. Das wäre ja auch nicht schlecht. Uff. Äh. Ja. Haben wir Iridium. Moment. Ich gucke mal ob ich den herstellen kann hier. Ja. Glück gehabt. Okay. Hör gleich mal wieder auf. Ne. Machen wir noch ein paar Iridiumstäbe. Das ist okay. Gut. Also zwei Iridiumstäbe. Ja. Wir sind gut gerüstet. Dann brauchen wir noch was zu trinken. Da haben wir einen See. Da können wir das dort machen. Äh. Äh. Dankeschön. Äh. Oh Gott. Ich sehe nichts. Hier ist der Zappenduster. Naja. Ich weiß. Situationsniveau niedrig. Ne. Hier geht es rein. Ich möchte erstmal raus. Weil hier ist irgendwo Wasser gewesen. Muss jetzt hier genau nachts sein. Am Schluss verdursten wir jetzt. Ich sehe es kaum. Hier ist da irgendwo Wasser. Come on. Nein. Wie doof ist das denn? Hier ist nirgends Wasser. Ach nö. Jetzt verlaufe ich mich noch. Nein. Nur wegen dem Wasser. Dabei haben wir so viel Wasser tatsächlich vor der Haustür gehabt. Ähm. Ich glaube ich düse nochmal zurück. Wenn ich den Teleporter nochmal finde. Weil jetzt hier Wasser suchen ist irgendwie behämmert. Es muss aber echt genau nachts sein. Das gibt es doch nicht. So. Also nochmal zurück. Hier rein. Teleporter benutzen. Base. Und dann gehen wir schnell was trinken. So. Und ich mache folgendes. Für solche Fälle nehme ich jetzt tatsächlich doch noch Wasser mit. So. Mal hier. Mal zwei Flaschen rüber. Und dann passt's. So. Wieder zurück. Man sollte nicht aus dem Haus. wenn man nicht irgendwie genug getrunken oder gegessen hat. Das ist natürlich schon auch wahr. So. Kollege Uran. Da sind wir wieder. Äh. In die Höhle rein ging's hier. Genau. Und jetzt brauchen wir hier den Extraktor. Ach. Schau mal an. Nehmen wir glatt noch mit. Extraktor Kollege. Energie haben wir genug. Ist kein Problem. Platz einmal so. Da gleich mal gucken. Jawohl. Da haben wir Uran. Sehr schön. Dann haben wir hier einen Teleporter. Dann haben wir hier tatsächlich den Extraktor. Das heisst wir sind hier auch auf der sicheren Seite. Da hingehend. Ja. Dass wir jetzt Uran. Regelmässig kriegen. Haben wir eigentlich beim Iridium. Oder wegen Iridium schon mal geschaut. Haben wir da eine Möglichkeit hinzukommen? Äh. Wo ist mein. Emniem Teleporter. Ich glaube hier geht's raus. Oder geht's ja noch tiefer rein. Nein hier ist er doch. Haben wir hier irgendwo Iridium? Ne. Da müssen wir auch noch mal gucken. Also Uran haben wir jetzt. Das kriegen wir problemlos. Gut. Dann düsen wir uns jetzt zur Base. Muss nochmal ganz kurz die Karte haben. Und zwar die die wir hier drin haben. Wo ist jetzt meine Karte hingekommen? Oh. Das ist ein Scherz. Jetzt ist die Karte weg. Das ist die Energie. Ne. Blödsinn. Da ist er doch. Jetzt hatte ich wirklich gerade für ein Momentchen das Gefühl, dass die Karte flöten geht. Wenn du halt tatsächlich irgendwie nochmal eine Karte baust. Hier haben wir das Iridium. Achso. Ja da haben wir gesagt, das ist eigentlich viel zu nah. Ja gut. Aber einen Extraktor könnten wir hier natürlich trotzdem gebrauchen. Da haben wir den hingestellt. Gehen wir mal schnell gucken. Ist ja nicht weit. Äh eben. Und weil es eben nicht weit ist, haben wir keinen Teleporter da hingestellt. Das ist eigentlich durchaus sinnig. Gehen wir mal schnell gucken. Das war da hinten bei diesen Sandfällen. Genau. Ich hätte jetzt natürlich eigentlich theoretisch schon mal genug Zeug mitnehmen können, dass wir den Extraktor da hinklöppeln. Aber eben, ihr seht ihr, es ist wirklich so nah. Wenn wir jetzt hier keinen Extraktor haben, dann werden wir den morgen bauen. Das ist ganz klar. So. Hier einmal durch. Doch. Ich dachte doch, wir haben einen Extraktor. Doch. Ich weiss sogar, wo er ist. Hier oben doch. Naja. Wir haben sogar zwei. Was wir eben nicht haben, ist ein Teleporter. Jawohl. Hier. Da gucken wir. Wunderbar. Alles rüber. Dankeschön. Wir können nicht mal alles mitnehmen. Das können wir aber dahingehend ändern. Ne. Können wir nicht. Die Sachen, die brauchen wir alle. Okay. Dann lassen wir die hier weiterarbeiten. Ja. Also Teleporter hier. Eher sinnfrei. Weil es zu nah ist. Und Extraktoren haben wir. Dann haben wir das. Dann haben wir, glaube ich, alles, wenn ich mich nicht täusche. Sozusagen in Griffweite. Also das war halt wirklich irgendwie, wenn wir irgendwas brauchen. Wissen, wo wir es herkriegen. Und zwar relativ problemlos. Das ist doch schon mal schön. Gut. Wir räumen mal noch, was wir haben, zurück in die Schränke. Damit auch das seine Ordnung hat. Nein. Irgendwie hieß es noch in den Kommentaren, dass es sehr chaotisch ist. Ja. Das ist halt so, wie ich baue. Ich habe noch nie anders gebaut. Und ich werde nicht anders bauen. Das bin halt nun mal ich. Der Punkt ist, ich finde alles. Ja. Das Genien-Chaos. Nein. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber ich finde ja alles. Wo ist denn das Problem? Das passt doch so. So. Super Regierungen. Wir sortieren erstmal. Einmal alle rüber. Dann haben wir noch ein bisschen Aluminium dabei. Das kann rüber. Dann haben wir hier tatsächlich Eisen. Wo kommt denn jetzt das Eisen her? Und vor allem, wo will das Eisen hin? Ne. Das war doch irgendwo hier vorne. Da. Da haben wir das Eisen. Zack. Einmal rüber. Uran. Haben wir jetzt wieder. Das freut mich. Ja. Ein bisschen hatten wir eh schon. Und wir haben Uranstäbe. Das ist natürlich auch wunderbar. Dann haben wir hier noch so ein Teil und keinen Platz mehr. Hier haben wir noch Platz. So. Ein Raketendinges haben wir noch. Davon haben wir eigentlich auch genug. Und sonst können wir die Raketenteile auch selber zusammenbauen. Also die Triebwerke meine ich. Einmal diesen. Dann haben wir noch Iridium. Das muss noch gerne weg. Äh. Finde ich jedes Mal nicht. Da. Iridium einmal rüber. Gerne alle. Dankeschön. Zeolit und eine Larve. Oh. Sie arbeiten wieder. Habt ihr gehört. Zeolit noch hier rein. Hier ist Zeolit. Zack. Und dann sind wir wieder auf der sicheren Seite. Jetzt werde ich aber nochmal schnell kurz Food holen. Ja. Eine Oberschiene. Wir haben eigentlich hier hinten auch noch einen Food Schrank. Hier. Der ist glaube ich relativ voll. Ja. Machen wir es mal so. Essen noch was. Gönnen uns hier nochmal eine Wasserflasche. Trinken die und dann sind wir wieder heile. Komplett gesund. Gute Freunde. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe euch ein bisschen Spass gemacht. Jetzt haben wir tatsächlich. Äh. Ja. Nochmal einen Extraktor beim Uran. Ich denke. Das war sicher keine schlechte Sache. Danke fürs Zusehen. Bis auf und nicht. Moin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.